Ich bin die Maja. Ich habe noch zwölf Jahre bis zum hundertsten. Ich unterstütze den Volksentscheid Fahrrad, damit das Leben auf dem Rad für alle sicher wird und damit auch ältere Leute mit gutem Gewissen Fahrrad fahren können. Denn man sagt ja immer, laufen kann er nicht mehr, aber Fahrrad fahren kann er immer noch. Ich bin die Maja.